Ich freue mich auf Schalke 04, ich freue mich auf die Herausforderung, ich freue mich auf die Mannschaft und auf die Arbeit und auf die nächsten Jahre. Nur wenige Wochen nach seiner Vorstellung als neuer Schalker Trainer am 21. Juni dürfte Markus Weinzierl diese königsblaue Vorfreude bereits ordentlich vergangen sein. XXL-Krise statt gelungener Auftakt unter komplett neuer Führung mit Weinzierl und Sportvorstand Christian Heidel. Fünf Pleiten an den ersten fünf Spieltagen, null Punkte, Tabellenletzter, Schalke mit dem schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte und das krasse Gegenteil dessen, was sich Weinzierl zum Amtsantritt vorgestellt hatte. Wichtig ist mir, dass wir eine Linie haben, dass wir mutig agieren, dass wir aktiv sein wollen und dass wir frech Fußball spielen wollen. Ähm, nun ja, die Realität sieht so aus, dass das rundum erneuerte Team die Abgänge der Leistungsträger Matip und Sané in die Premier League mit den teuren Star-Transfers um Mbolo, Baba, Stambouli, wie Bentaleb und Konoplyanka alles andere als kompensieren konnte. Kollektiver, verschworener S04-Haufen mit Malocha-Mentalität – bisher krasse Fehlanzeige. Es brodelt auf Schalke, die Unruhe steigt. Dabei hatte Weinzierl auch diesbezüglich noch so schöne Vorstellungen bei seinem Amtsantritt. Na ja, Interesse sehe ich in erster Linie positiv. Es ist so, dass Schalke ein großer Klub ist. Dadurch gibt es viele Leute, die eine Meinung haben und dann gibt es automatisch auch unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das muss man einfach so akzeptieren. Ich stelle mir immer vor, wie das ist, wenn es nur positiv ist und welche Explosion dann dieser Verein dann nehmen kann. Das gilt nun umso mehr in umgekehrter, negativer Hinsicht. Die Stimmung auf Schalke explosionsartig vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Gladbach. Für Markus Weinzierl und Schalke ist bisher so ziemlich alles anders gelaufen, als es sich der 41-Jährige zum Amtsantritt erhofft hatte. Bleibt für Weinzierl zu hoffen, dass sein launig gemeintes Statement von damals zur Haussuche nicht auch schon ein böses Omen war. Das ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.